Im digitalen Zeitalter Bücher zu verkaufen, ist nicht gerade einfach. Neue Business-Modelle müssen her. Aus diesem Grund verbesserte der Kinderbuchverlag Nord-Süd das Vorlese-Erlebnis und aktivierte so die Zielgruppe mit Soundbook. Soundbook ist eine App, die eine akustische Atmosphäre erzeugt. Massgeschneidert für ein individuelles Buch. Dank Stimmerkennung weiss die App genau, welcher Teil einer Geschichte vorgelesen wird und spielt dazu passende Geräusche und Musik in Echtzeit ab. Bei Nacht stapfen sie durch den Schnee. Einfach die App öffnen, das Smartphone in der Nähe platzieren und dann das Vorlesen geniessen. Sie fürchten sich nämlich ein Fücheln. Wollen Sie ihn mit einem furchterregenden Schrei erschrecken? Landen Sie diesmal im Tiefschnee. Soundbook unterstützt Kinder auch beim Lesenlernen. Wenn sie korrekt lesen, werden sie von der App mit Musik und Geräuschen belohnt. Wir sehen natürlich schon Buchmessen, ganz viele neue Innovationen und Produkte, die uns versuchen zu überzeugen, das Buch neu erfunden zu haben. Soundbook ist das erste Mal, dass etwas kommt, das das Buch nicht versucht neu zu erfinden, sondern weiterbringt. Die Gratis-App beflügelt die Buchverkäufe. Das erste Buch, das mit Soundbook publiziert wurde, erreichte die Nummer 1 in der Bestsellerliste. Und die App erhielt durchwegs 5-Sterne-Feedback. Soundbook wird nun für weitere Bücher des Nord-Süd-Verlags eingesetzt. Freuen wir uns auf ein neues Kapitel für Kinderbücher mit Soundbook. Mama, Mama, Mama.